hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun dienstag den ersten märz 2022 2022 und unser dax hat sich hier ordentlich naja was hat er denn eigentlich der hat sich gut gehalten das muss man schon sagen ist aber unterm strich trotzdem muss ich sagen ein bisschen unter meiner erwartung zurückgeblieben von dem was wir gesehen haben der hat mir einfach kaputt gemacht er den leuten so ein bisschen mit dem krallen im gesicht rumgetanzt und hat ja viel hin und her geturnt wir hatten darüber gesprochen dass ausstoß zwipfer von russland bla 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 gegebenenfalls ein abwärtskip zu erwarten ist dass dieses abwärtskip bestimmt in dem bereich um 440 365 300 kommt also ich glaube so in dem dreh war der wortlaut 320 oder so das aber bitte nicht tiefer sein sollte weil wenn der dax uns unterhalb von der 300 abhaut der dax durch das abwärtsrisiko drin hat so und genau das dieses unter der 300 weg das haben halt überhaupt nicht gesehen also wirklich gar nicht gesehen hätte hat immer wieder wenn er unter 300 war nach oben gezogen er hat auch hier oben richtig schön reingearbeitet in dieses alte gäbe fast so getan wie als war das noch offen gewesen auch ziemlich punktgenau hier an der alten kante nach unten wieder weg reagiert fette rote kerzen gestellt und ist nun hier so ein bisschen uneindeutig aus dem handel rausgegangen muss ich auch ganz ehrlich sagen kann ich gar nicht so richtig viel mit anfangen von der handels amplitude die wir haben deutlich geringer wie das was wir die ganzen vortage gesehen haben also der ausschlag die ausschläge sind deutlich 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 geringer das sind gerade mal so knapp 400 punkte in der bewegungsspanne da haben wir die letzten tage was ganz 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 anderes immer gesehen oder deutlich mehr muss man auch so sagen und trotzdem ist er den leuten richtig auf den sack gegangen also ich glaube so wie heute also so so wie zum montag habe ich selten jetzt die letzten tage leute schimpfen hören weil da gab es entweder die ein die richtig gefeiert haben oder die anderen die halt die vollkatastrophe erlitten haben aber so gefühlt sind zum zum montag jetzt wirklich jedem auf den sack rumgetanzt hat da viele immer so kleine trades probieren wird es wieder ausgestorben dann wieder aber so richtig glücklich ist glaube ich keiner geworden zum montag auch weiß so von der konstanz nicht so war ich hätte ja gedacht in dem moment wo ich hier durchziehe waren ja wirklich viele grüne kerzen dass der eben auch noch die das gäbe dazu macht bei der 660 also gleich noch durchzieht und dann hat er hier bei 5 15 so voll voll die umkehr gezogen und sich runtergetreten dann zum abend hin wirklich ja schon schwachen ausgaben in der letzten minute noch mal so ein schlusssport das ist so wirklich alles aber auch nicht so richtig gewesen halt das das muss man schon zu festhalten das macht es mir natürlich jetzt auch unheimlich schwer hier eine gescheite analyse jetzt für den für den für den dienstag abzugeben wenn man gar nicht so richtig hat an dem man sich jetzt hier langhangeln kann aus dieser bewegung vom montag das ist wirklich ein tag den ich ganz gerne ausklammern würde oder gar keine analyse machen würde weil ich genau weiß wie das läuft wir reden jetzt wieder über viele sachen und dann steht die leute da das war aber so eine schlechte analyse und am ende habe ich es eigentlich bloß versucht das beste draus zu machen aus der ausgangslage die man kriegt wenn ich es mal aussuchen würde würde ich gar keine analyse zum dax zum dienstag machen das ist mir jetzt hierzu zu ja das ist mir nicht schön aber ich tue mir keinen gefallen damit da bin ich bin ich bestimmt vier fünf stunden damit beschäftigt irgendwelche antworten oder nachrichten anfragen zu beantworten was denn los ist ob ich krank bin und so weiter wenn ich hier keine analyse mache da setze ich mich über das ein zwei stündchen hier dran und mache die fertig und ja also wir sprechen mal drüber was haben wir für markante punkte woran können wir uns orientieren weil das muss man ja sagen die macht der ist momentan wirklich schön also egal ob hoch oder runter läuft gut die punkte aber läuft gut die widerstände unterstützung dass das klappt wirklich sehr gut nur eben von der abfolge glaube ich habe müssen viele hier einfach ein bisschen irritiert die wissen ja durch diesen unter 300 war die erwartungshaltung von vielen nach unten dann hat er sich eben drüber dann werden hier ganz bestimmt viele nicht aus ihren longs rausgegangen sein dann haben die unten raus wieder und schwuppdiwupp sind die ersten schlecht gelaunt und fangen dann an um sich zu schnauben und um sich zu fahren und die schuldigen irgendwo anders zu suchen obwohl hier letztendlich gar keiner was für kann auch so vielleicht der markt hier einfach nur unsicher gehandelt hat das ist das was sie gesehen haben unsicherer handel da war nicht keine überzeugung auf der long seite fahren aber auch keine zur überzeugung auf der short seite vorhanden so dass zumindest der markt hier wirklich runter konnte also wir gehen in den tageschart der tageschart gibt uns keinerlei hinweise der tageschart zeigt uns dass wir wieder am unteren bollinger band geschlossen haben nachdem wir schon deutlich wieder rein gewürselt hatten wir haben eine kerzenkombination wie sie bulliger kaum sein könnte in den vorherigen tag komplett ignoriert und stehen lassen diese diese kerze hier ist trick 17 selbstverarschung ich weiß es nicht also ich kenne keinen kerzenpattern was sieht ein bisschen aus wie so ein kartenspiel was sie hier gemacht hat kerzenkörper hier zu ende dann von hier nach oben dann darunter hier eröffnet um die auf der kante zu schließen also das sieht schon ein bisschen so wie so ein kleines atomreaktor zeichen aus ich weiß es nicht nur hier mit diesem hier grün da grün da grün das ist bräuchte man nur noch so ein dreieck drum herum zeichnen die kerzen hier ein bisschen breiter machen und dann hätte das irgendwie was in die richtung keine ahnung ist ist jetzt quatsch natürlich aber können wir auch nicht viel rausnehmen außer dass wir eben wieder an der unteren kante sind das heißt wir sind außer unterhalb dieser trendbegrenzung auch wir sind in der wochen wochenkerze hängen wir unten raus das heißt auf tagesebene unterhalb vom band auch tagesebene wochenebene gibt tatsächlich eben auch auf der unterseite wirklich richtig platz das muss man ganz klar sagen dass das hat es jetzt zum montag nicht besser gemacht der hat ihr risiko auf der unterseite noch mal aufgemacht deswegen ich sagen würde okay wir gucken uns einfach an was er hier macht zum dienstag dann versuchen mal ein bisschen unvoreingenommen in den markt rein zu gehen das hilft manchmal ganz gut ist manchmal besser wie wenn man zum montag tod sicheren plan hat und dann hält sich der markt nicht dran ist es oft besser man geht total unvoreingenommen in den markt weiß eigentlich gar nicht was einen erwartet und in der regel sondern dass die besten handelstage das ist ganz oft so und das geht ganz vielen so weil sie dann auch trades machen da sind sie sich übermäßig sicher das sind immer die trades die nicht klappen sondern machen einfach setup trades und die klappen dann in der regel also ich würde hier sagen ich sehe jetzt hier so zwei markante tiefpunkte nehmen die sind beide im bereich um 200 wir haben unten das eröffnungstief um 14 65 rum auch da haben wir viel schnittmenge hier auf den vorherigen kerzen so dass wir schon mal festhalten können unten ist erstmal wichtig 14 200 14 65 heißt fällt der markt zum dienstag unter 14 200 gerne erstmal bis zur 14 65 runter sollte auch die 14 65 sprechen wäre im grunde die 14.000 wieder dran und eben auch die tiefs ja bei 13.800 13.700 sogar 13.600 ist ja auch noch ein offenes gap im xetradax glaube ich und von daher würde ich sagen unterhalb von 14.200 würde ich mich zum dienstag auf der unterseite orientieren würde vielleicht sogar eher shorts probieren runter zu handeln und oben ist es ein bisschen schwieriger würde ich die kante hier so ein bisschen an die kerzen close machen so in dem bereich um 400 na also die 400 440 das ist für mich so oben so ein bisschen der entscheidungsbereich sollten wir den dax da oben rum hantieren sehen na dass er wirklich hier anfängt sich über 400 über 14 4 über 14.440 zu schieben über 14.400 könnte ich mir gut vorstellen dass der dann auch nicht mehr lange rumfackelt nochmal die 5 15 holt und dann eben auch das gap hier zu macht bei 6 60 und die 57 reinsteigt ja das wäre so die erwartungszeit gestern hat man auch so ein bisschen gesagt alles was so über die 300 geht ist dann eher long motiviert na auch ich glaube wir hatten das sogar so gesagt wenn so ein abwärtskipp kommt und der dreht sich hier unten so um die 300 320 440 irgendwie wieder nach oben dass er dann eben in das gap und an die 57 rein kann und das würde ich jetzt hier ebenfalls wieder so nehmen und dann sagen okay notiert der dax zum dienstag doch positiver auch über 400 über 440 dann würde ich schon in die 15 in die 6 60 rein und die 57 rein begleiten na der kann auch gut durchziehen zum dienstag das kämmer so dass er dann vielleicht zwei so eine bewegung stellt hier seht ihr ja auch hier haben wir auch eine starke aufwärtsströmung dann kam gut gegenwind dann kam trotzdem noch mal voll nach oben durchgezogen ne so dass das ein erster antrieb ein erster antrieb ist dann die korrektur in der nacht und dann hier der nächste antrieb und das ist jetzt hier quasi das ist was wir hier gesehen haben und dann würde sich hier noch so eine welle raus drücken na das das wäre auch gut denkbar aber würde ich jetzt nicht so aus dem verdacht hier um 300 drauf schießen sondern wirklich erst oberhalb von 400 440 mich dahin orientieren ja und mehr kann ich eigentlich gar nicht mitgeben das sind so eigentlich die eckpunkte die wir hier haben vielmehr geht da nicht rauszulesen also für mich nicht in dem moment ähm wie es wichtig die 14 200 darunter sehe ich risiko im chart mehr ich sehe die 400 die 440 ich sehe momentan viel volatilität im chart ich sehe aber auch unsicherheit und ich sehe deutlicher deutlich nachlassen auf der unterseite an dynamik an trend der trend ist komplett eingebrochen nachdem die ukraine hier reinwaschiert ist das ist absolut zum erliegen gekommen wir sehen immer wieder abwärts gaps die dann hochgekauft werden auch der tag definitiv ein tag wo man sagt muss abwärts gibt wurde hochgekauft da kann man nicht sagen abwärts gehabt hat druck nach unten aufgebaut und der markt ist beide abgegeben das wirkt schon eher stabiler halt ne und deswegen würde ich vielleicht leichten vorteil oben sehen aber das sehe ich nur auf der ebene wenn ich tageschart angucke wenn ich wochenschart angucke sind die beide unten noch offen und da ist bei beiden noch platz da würde ich kann ich mich momentan selber nicht festlegen würde ich mich auch selber gar nicht festlegen wollen naja würde einfach den dann so handeln wie er kommt und sagen okay dann richte ich mich danach gib mir gerne vor geh deinen weg ich gehe mit dir und stelle mich nicht dagegen und fertig ist der tag ja aber ich glaube wenn man so ein bisschen auf die 200 achtet auf die 400 achtet dann ist man ganz gut dabei und wie gesagt oberhalb dann gut platz gerne bis 6,60 7,50 auch 8,30 warum nicht zum dienstag das ist erreichbar 8,30 7,50 6,60 das wären so die ziele die ich oben anpeilen würde und wenn du unter der 200 abtauchst dann durchschutzt du eben auch hier nochmal an die tiefste ran ja das ist drin gut und von daher würde ich sagen machen wir es auch nicht komplizierter als es sein muss machen hier zu ende wünsche euch viel erfolg zum dienstag gutes gelingen schönen wochenstart in den märz rein und also was jetzt wochenstart schönen monatsstart in den märz rein und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss multi-durchsichts eins muss jetzt